Warum kommt Papa nicht ans Telefon? Wo ist denn der Papa? Wer ist das? Wo ist mein Bruder? Ich weiß, das ist ein Geist. Bring ihn sofort ans Telefon. Wo ist denn eigentlich die Mama? Wo ist denn die Mama? Und wer bist du? Wer ist eigentlich am Telefon? Das ist Natalie. Es ist Natalie. Wo ist eigentlich mein Papa? Warum kommt er nicht ans Telefon? Und ihr ist, ist das du? Es geht mir langsam auf. Sie merken, ich bin total wütend. Ihr könnt mich nicht einfach so hinterlassen. Diese Gottverdammte Familie kann mich jetzt auch langsam am Arsch schrecken. Oh, mein Bruder ist so far an die Leine. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen und stattdessen sein Scheiß, Mensch. Kein und O... Ich denke, es war Aunt Edith. Es war Aunt Agnes. Ich konnte nicht sagen. Opa? Opa? Oh,ivas ist jetzt eine Frage. Wo ist das? Das war's? Was ist das? Das war's? Vielen Dank. Vielen Dank.